So, also wir müssen ganz viele Einbeeren essen. Wir müssen uns Gwendels Waffe mal angucken, denn eine Ork-Nase ist da definitiv falsch. Außerdem war Gwendel noch gar keine designierte Aufsammlerin, oder? Achso, die ist ja kaputt, das ist gar kein Loot. Zerbrochen, richtig. Du kannst also weg. Dafür kannst du da hin. Und was kam hier hin? Da hat sie immer noch Platz über. Und hier ist eine Weinflasche, die da bestimmt auch nicht hingehört. Also ja, das mit dem Looten, das wir jetzt alles so vorbereitet haben, scheint nicht ganz so gut zu funktionieren. Aber ja, da arbeiten wir noch dran. So, Einbeeren verteilen. Du bräuchtest eigentlich eine Menge. Tauschen wir mal ganz kurz gegen das Schreibzeug. Eins, eins. Ach, das kann ja dauern. Komm schon, gib mir eine 3, gib mir eine 5. Da war schon mal die 3. Nein, nicht den Trank trinken. Und da war die 5. Sehr schön. Und wenn wir dann gleich alle hochgeheilt haben, dann können wir weiter das Pote ablindern. Oh, wir sollten die Einbeeren mal weiter reichen. Wir haben ja noch so viele Gebäude hier. Ich weiß gar nicht, ob in jedem so ein besonderes Event ist, wie wir bisher hatten. Aber das scheint ja so auszusehen. Also haben wir noch gut was zu tun. Oh, 34 Lebensenergie. Und Gwenden hat 43. Also eventuell muss ich beim Importieren in Sternenschweif mal gucken, ob ich einen Durchschnittswert nehme pro Level ab und darauf das hier erhöhe. Bin ich mir noch nicht sicher. Weil so geht das echt nicht. Du, die 4 Blödinge, die Einbeeren sind ja im falschen Inventor. Du, dahin. So, ein, zwei noch. Wir wollen in der nächsten Kneipen Schlägerei wieder gut ausgerüstet sein. So, das Schreibzeug. Das Schreibzeug. Da hin. Also, Talana ist wieder okay. Ja, dann auch. Mürrem hat ein Slot frei. Und ganz gut Gewicht frei. Also. Lassen wir es einfach so. Also, Waffen überprüfen. Gwenden hat die neue, die neuen Rapier. Der ist nicht zerbrochen. Tjirik hat seine Orknase. Die Ersatz-Orknase hat Gwenden, damit er mehr looten kann. Klub, klub. Tjirik hat auch endlich sein Alkohol bekommen. Ist sofort betrunken nach einer Flasche Wein. Das kennen wir ja gar nicht so von ihm. Und sonst sind wir soweit wieder vorbereitet. Schön, schön. Also, da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir. Gehen wir doch gleich mal als nächstes in das Haus hier gegenüber. Der Tätowierer. In einem Laden, der bis an die Decke mit Beutelstücken aus aller Herren Länder gefüllt ist, lässt sich gerade eine Frau einen Anker auf den Arm tätowieren. Der Tätowierer unterbricht seine Arbeit, als er euch kommen hört. Beute verkaufen oder ein Bildchen? fragt er über den Rücken. Als er euch sieht, stürzt er jedoch ein wenig. Ich kenne euch gar nicht. Ihr könnt uns ja kennenlernen. Das wäre mir ein Vergnügen, sagt er ebenso bedächtig. Und noch bedächtiger holt er seine Axt hinter dem Tresen hervor. Ähm, okay. Oh, da fällt mir auf, wir haben ja fast keine Astralenergie mehr. Sollten wir vielleicht nicht ganz so große Worte spucken. Aber es sind ja nur zwei Piraten, das kriegen wir schon hin. Aber allgemein, falls wir in irgendein größeres Haus eindringen, dann sollten wir vorher vielleicht ein, zwei Tränke trinken. Und ja, das kostet zwar vielleicht ein paar Dukaten, also die Tränke. Aber das können wir uns ja leisten. Und die Beute, die wir hier machen, dürfte das auf jeden Fall ausgleichen. So, Tirik, wo läufst du mal hin? Äh, da ist eine gute Stelle. Bist du keiner Elfe im Weg? Und du gehst mal dahinter. Und haust entweder dem Tätowierer oder der Tätowierten erstmal einen auf den Kopf. Du machst das gleiche. Du schießt nochmal. Du auch. Und sobald Talana noch einmal weggegangen ist, können wir... Oh, der flieht schon. Hm, so viel dazu. Du stellst dich... Ja, wo stellst du dich hin? Du stellst dich da hin. Du... Schießt dem in den Rücken, wie es sich gehört. Zack. Ja, die kommen hier nicht lebend raus. Der Eingang ist bewacht von 2.11 von einer schlagwütigen Zauberin. So, du läufst hinterher, obwohl du nicht großartig was befürchten kannst. Du... Stellst dich einfach mal dahin. Du schießt mir in die Seite. Und fertig. Was haben wir hier alles? Kraya, Skraya, Entermesser, Dolch, Schnapsflasche. Schnapsflasche, Stapel, ne? Nö. 18 Abenteuerpunkte. Oh. Oh. Ähm. Ähm. Okay. Also ein Kutsch wird eine Sichlein, Vokalenglas durch ein Mengenbilar. Das sind alles Stichwaffen. Und sogar recht spezielle. Die nehme ich einfach mal alle mit. Die 2 Roben. Wenn es rote Roben sind, dann können wir die mitnehmen zu verkaufen, denn die waren wirklich viel wert. Ich glaube 22 Dukaten, das Stück. Sollte man nicht liegen lassen. So. Schreibzeug haben wir. Messingspiegel brauchen wir nicht. Bronzerflasche nicht. Ein Trinkhorn. Brauchen wir eigentlich absolut nicht. Aber es sieht schick aus und Derek will es haben. So. Dietrich hat Gwinlin. Angstgift, Goldleim und Bannstaub. Das sind glaube ich alles 3 Gifte. Die nehmen wir mal einfach so mit. Und gucken wir uns die gleich mal an. Und ja, es sind die roten Roben. So, der Mengenbilar hat wieder so einen Tropfen da oben rechts. Also wird es wieder so eine Einmalwaffe sein, die sehr, sehr viel Schaden verursacht. Wir haben ein Kutschwert und wir haben ein Sichel. Ah, Kutschwert. Da erinnere ich mich an was. Ich glaube, das war magisch. Es gab nur ein paar Waffen, die magisch waren hier im Spiel. Und ich glaube, das Kutschwert war eins davon. Deswegen tauschen wir mal ganz kurz hier ein bisschen rum. Und können dann nicht mit Talana zaubern, weil sie ja keine Astralenergie mehr hat. Und ich sollte echt mal das Expurgikum irgendeinem anderen Charakter geben, sonst trinkt sie das echt noch. So, lauter starke Zaubertränke. Trinken wir erstmal den Leichten. Gegenstand wegwerfen. Ja. Und ein Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Analyse. Misslungen. Momentan haben wir neun Astralenergie. Mal gucken, wie viel das kostet. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Analyse. Talana hat nicht genug Astral. Hier haben wir noch einen einfachen. Die starken Zaubertränke würde ich mir ganz gerne auch bewahren. Denn die bringen so viel auf einmal. Da sind sie prädestiniert dafür, in irgendeinem Bosskampf getrunken zu werden. Anstatt jetzt wegen solchen Kleinigkeiten. Äh, Zaubersprechen. Nochmal. Hellsicht. Der hat jetzt neunzehn. Analyse. Kurzschwert. Talana versinkt in Meditation. Dieses Kurzschwert scheint die Attacke des Trägers entscheidend zu verbessern. Oh, das ist schön. Und es hat acht Astralenergie verbraucht. Das ist schon ganz schön happig. Aber gut. Das kriegt jetzt Gewendlen. Dadurch brauchst du ja auch keine Ersatzwaffe mehr. Denn magische Waffen, die meisten magischen Waffen, sind nicht zerbrechlich. So. Äh, okay. Was haben wir mit der Sichel? Die können wir auch gleich mal Talana geben. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Analyse. Obwohl. Stopp. 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 Ich wollte eigentlich abbrechen. Und lieber in Odem Arcanum sprechen, um zu gucken, ob es überhaupt magisch ist. In der Hoffnung, dass Odem Arcanum nicht so viel Astralenergie verbraucht. Ja. Das ging mal nach hinten los. Hast du noch einen normalen Zaubertrank? Ja, sehr schön. Also, nochmal. Sie hat jetzt 13 Astralenergie. Zaubersprechen. Hellsicht. Odem Arcanum. Auf. Sichel. Die Sichel ist magisch behandelt worden. Gut. Das hat nur 3 Astralenergie gekostet. Ja, also rentiert sich das. Das heißt, wir sollten echt wirklich immer mit Odem Arcanum zuerst gucken, bevor wir dann Analyse sprechen. So sparen wir ein wenig Astralenergie. So, jetzt aber gucken wir mal, ob wir genug Astralenergie noch überhaben. Also, eigentlich braucht der Spruch ja nur 8, aber vorhin hat er komischerweise gemeckert, dass wir zu wenig hätten. Müslung. Noch ein Zaubertrank irgendwo? Ja. Das ist, glaube ich, schon der vierte. Das ist, ähm, ja. Na gut. Äh, Talana, wie immer, Hellsicht, Analyse. Auf die Sichel. Hm. Scheint mir ein druidisches Artefakt zu sein, das einem den Weg zu bestimmten Kräutern weist. Oh, sehr schön. Dann sollte das auf jeden Fall Jallin bekommen, obwohl sie absolut keinen Platz mehr im Inventar hat. Ähm. Ja. Wie machen wir das am besten? Wir können immer das gleiche Problem. Na komm, wir tauschen uns gegen die Taneel, da müssen wir eh keine mehr finden. Da haben wir genug von. Äh, jetzt ist die aber überlastet, also tauschen wir das gegen etwas Leichteres. Und tauschen das auch gegen etwas Leichteres. Ja, das kommt hin. Und bei ihr kommt es jetzt auch einigermaßen hin. Dann müssen wir nur noch den Inventarplatz da füllen mit, äh, einer Taneel. So, das ist doch gut so. Was haben wir noch? Wir haben noch ein Vulkanglasdolch. Hihi. Ähm. So. Acht, neun Astralenergie haben wir noch. Talana, Hellsicht, Rodemakanum. Auf Vulkanglasdolch. Der Vulkanglasdolch ist magisch behandelt worden. Ja, das war echt eine Fundgrube hier, der Tätowierer. Ähm. Jetzt wieder einen Zaubertrank trinken dafür. Wir sollten zwischendurch mal irgendwo rasten für längere Zeit. Also in die nächste Stadt wieder gehen und da drei Tage schlafen. Das ist, glaube ich, ein wenig günstiger, als meine ganzen Zaubertränke zu trinken. Also wir merken uns, der Vulkanglasdolch ist auch verzaubert. Und der Mengenbilar, äh, wahrscheinlich nicht, weil es eine Einwegwaffe ist. Und die Roben. Hm. Die könnten wir uns auch noch angucken. Das wird aber auch nicht reichen. Also gut, wir merken uns die beiden Roben. Wir merken uns den Vulkanglasdolch. Und, äh, das Trinkhorn vielleicht. Das kann man weder essen noch trinken. Äh. Okay. Und die ganzen Gifte hat er bekommen. Die könnten wir eigentlich Gwendeln geben. Wie schaut es bei ihr mit dem Gewicht aus? Das war noch tolerabel, oder? Ja, sie hat noch 27 Gewicht über. Heißt, wir tauschen mal zwei Gifte. Gegen einzelne Blüten aus. So. Und jetzt tauschen wir die Blüten wieder mit jemandem aus, der die eigentlichen Blüten trägt. So. Wer hat die Wirselkräuter? So. Ja, das Inventar Micromanagement hätten wir also auch wieder geschafft. Und dann verziehen wir uns doch mal wieder nach Warnheim. Oder was war die Stadt im Süden? Ja, Warnheim. Ah, essen und trinken. Wir haben genug Rationen. Das heißt, wir suchen nur nach Kräutern und probieren gleich mal die Sicherheit aus. Vier Stunden. Vier Einblätter, zwei Wirselkräuter. Schöne Sache. Gwendeln, Gerogon, Tyrik halten, wachen und wir schlafen. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Tegel gibt es noch einige Hocker. Wir hätten gerne eine Runde für alle. Keine Sorge, hier habt ihr euer Geld. Alle sind zufrieden und wir werden sofort auf ein weiteres Bier eingeladen. Und zwar von Islifs Firuniasdotter. Den Nachnamen kennen wir doch. Ein gutes Warnsortiment ist, das ist was wert. Falls ihr etwas Ausgefallenes sucht, dann sucht am besten bei diesem eingeheirateten Störebrander in Torwall. Hm, na gut. Hm, gestern wir noch was Leckeres. Zu Essen. Und wir hätten gerne Informationen. Aber er ist beschäftigt. Hm. Ja, und... Vielleicht wisst ihr noch etwas mehr. Kennt ihr vielleicht Eliane Windebrek? Warum will meine Gruppe das fragen? Ich gucke mal ganz kurz auf meine Liste nach einer Eliane. Ich habe keine Eliane auf meiner Liste. Also keine auch durchgestrichene. Ähm, unsere Helden wissen da was, was ich nicht weiß. Also fragen wir mal nach Eliane Windebrek. Der Name sagt mir nichts, aber vielleicht kann ich euch ja anders weiterhelfen. Hm. Na gut. Vielleicht 20 Meilen von hier liegt in Richtung Aublok. Abseits des Weges eine Wiese, die zum Rasten hervorragend geeignet ist. Ja, nee, danke. Wir werden nochmal eingeladen. Aber eigentlich will ich etwas über... Oh, genau. Über die da wissen. Also wir wurden jetzt gerade schon wieder eingeladen. Und diesmal kriegen wir als Hinweis... Fragt bei Eliane Windebrek hier im Ort nach, wenn ihr euch für irgendetwas Spezielles interessiert. Die Gelehrte hat eigentlich zu jedem Thema etwas zu sagen. Hm. Hm. Okay, wir verlassen mal kurz die Taverne. Ich werde das jetzt auch angeduselt. Und neun Silberlinge waren das nur. Und suchen gleich die nächste Taverne auf. Denn ich will jetzt herausfinden, wer diese Eliane Windebrek ist. Also unsere Gruppe hat anscheinend schon von ihr gehört. Sonst hätte sie nicht nach denen gefragt. Hier könnten wir schon mal schlafen. Hier unten vielleicht noch. Nee, ist auch eine Herberge. Na gut. Dann rasten wir jetzt erstmal ordentlich. Hm. Ein Zimmer. Suite. Machen wir erstmal nur einen Tag. Dann können wir nämlich mehrmals meditieren. Meditieren. Zehn. Schlafen. Ja. Jetzt gehen wir kurz den Tempel speichern ab. Und in der nächsten Folge hören wir uns dann nach dieser Frau um. Abspeichern. LP 52. Und bis gleich. Bis zum nächsten Mal.